Diese unglaubliche Geschichte ereignete sich im Prager Zoo, der sich in der Hauptstadt der Tschechischen Republik, einem Land in Mitteleuropa, befindet. In diesem Zoo gab es ein großes Gehege, das mehreren mächtigen indischen Elefanten ein Zuhause bot. Der Bereich war so gestaltet, dass die Elefanten reichlich Platz hatten, um sich frei zu bewegen und zu spielen. Zu den Bewohnern des Geheges gehörten Gina, eine große Elefantenkuh, und MC Kong, ein Elefantenbulle derselben Artikel. Vom ersten Moment an, als sie sich trafen, entwickelten die beiden eine besondere Verbindung, und es dauerte nicht lange, bis Gina trächtig wurde. Die Nachricht wurde vom Zooteam gefeiert, denn die Geburt eines Kalbs wäre ein bedeutender Meilenstein für die Einrichtung. Obwohl die Tragezeit von Elefanten etwa zwei Jahre dauert, verging die Zeit wie im Flug. Gina brachte ein männliches Elefantenkalb zur Welt, das Max genannt wurde und bald den Spitznamen Wunderelefant erhielt. Max war der erste indische Elefant, der in der Tschechischen Republik geboren wurde, was einen bedeutenden Fortschritt in den Bemühungen zur Arterhaltung darstellte. Obwohl der Zoo seit seiner Gründung acht Elefanten aufgenommen hatte, hatte keiner von ihnen zuvor Nachwuchs bekommen. Die Geburt von Max markierte nicht nur einen historischen Moment für den Zoo, sondern symbolisierte auch den Komfort und die Sicherheit, die den Elefanten dort geboten wurden. Das Gehege ahmte Elemente des natürlichen Lebensraums der Art nach, der leider in alarmierendem Tempo zerstört wird. Ohne die Unterstützung von Zoos wie dem in Prag wäre das Überleben der Elefanten noch stärker gefährdet. Max wurde schnell zum Star des Geheges. Mit seinem lebhaften Verhalten und seinem natürlichen Charisma eroberte er nicht nur die Herzen der Pfleger, sondern auch der Besucher. Er liebte es, hinter seiner Mutter Herzurennen, in den Wasserbereichen zu spielen und sich im Schlamm zu wälzen. Seine neugierige und energiegeladene Art ließ ihn eher wie einen Welpen als wie einen Elefanten wirken. Oft nährte sich Max der Glaswand, die die Besucher von den Tieren trennte, und klopfte spielerisch mit seinem Rüssel daran. Seine Energie schien unerschöpflich. Vom Moment seines Aufwachens am Morgen bis zu dem, an dem er einschlief, war Max ständig in Bewegung, erkundete und entdeckte Neues. Die Pfleger waren zufrieden, seine Vitalität zu sehen, da dies darauf hindeutete, dass er gesund und in ausgezeichneter Verfassung war. Während erwachsene Elefanten in der Regel ruhiger sind, brachte Max mit seiner ansteckenden Energie und seinem verspielten Verhalten frischen Wind ins Gehege und zauberte allen ein Lächeln ins Gesicht. Die Zeit verging, und Max schien sich gut an seine Umgebung anzupassen. Doch eines Tages geschah etwas Außergewöhnliches. Es war ein gewöhnlicher Nachmittag, und der junge Elefant spielte fröhlich wie immer, während seine Mutter Gina ihn aufmerksam beobachtete. Plötzlich hörte Max auf zu spielen, ging in einen schattigen Bereich und legte sich auf den Boden, als wäre er erschöpft. Zunächst machte sich niemand Sorgen, da viele dachten, er sei einfach müde vom Spielen. Doch mit der Zeit blieb der kleine Elefant regungslos liegen, was bald die Aufmerksamkeit aller auf sich zog. Gina, eine äußerst fürsorgliche Mutter, besonders da es ihr erstes Kalb war, zeigte bald Anzeichen von Besorgnis. Langsam näherte sie sich Max mit einem nervösen Blick. Die Anspannung stieg nicht nur bei Gina, sondern auch bei den Besuchern, die das Geschehen still beobachteten. Der übliche Trubel wich einer angespannten Atmosphäre, während alle darauf warteten, dass Max wieder aufstand. Gina versuchte alles, um ihr Junges zu wecken. Sie stupste ihn sanft mit ihrem Rüssel an und drückte leicht mit ihrem Fuß, als wolle sie ihn ermutigen, aufzustehen. Doch Max blieb regungslos, und seine Mutter wurde immer unruhiger. Die Situation wurde noch besorgniserregender, als Max begann, sich am Boden zu winden. Gina, sichtlich aufgewühlt, begann, um ihr Junges herumzulaufen, um zu verstehen, was passiert war und wie sie ihm helfen konnte. Trotz all ihrer Bemühungen schien nichts zu helfen. Max reagierte nicht auf die Reize und blieb regungslos, als wäre er in einem tiefen Traum gefangen. Auch die restliche Herde bewegte sich nicht, um zu helfen oder herauszufinden, was los war, was die Pfleger als sehr ungewöhnlich empfanden. Elefanten sind schließlich bekannt für ihre starke emotionale Bindung und ihr soziales Verhalten, insbesondere in Krisensituationen. Normalerweise schließt sich die Herde in solchen Momenten zusammen, um Unterstützung zu leisten. Doch Gina gab nicht auf. Sie drückte Max weiterhin mit ihrem Rüssel, diesmal kräftiger und intensiver. Dennoch zog sich der kleine Elefant nur zusammen und blieb regungslos liegen, was die Verzweiflung seiner Mutter noch verstärkte. Es war offensichtlich, dass sie alles tun würde, um ihrem Kalb zu helfen, doch in diesem Moment schien nichts in ihrer Macht zu liegen. Was jedoch als nächstes geschah, überraschte alle völlig. Gina, die Elefantenmutter, trat von ihrem Jungtier zurück und wandte sich der Menge zu, zu der auch einige sichtlich besorgte Pfleger gehörten. Zu aller Erstaunen hob sie ihren Rüssel und begann, ihn zu bewegen, als wollte sie die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich ziehen. Es wirkte wie ein klarer Hilferuf für den kleinen Max. Die Szene war beeindruckend. Die Vorstellung, dass ein Tier eine so logische und bewusste Entscheidung treffen könnte, ließ die Zuschauer staunen. Gina schien bewusst mit den Menschen kommunizieren zu wollen und um Hilfe für ihr Kalb zu bitten. Die Pfleger zögerten nicht und reagierten sofort auf den ungewöhnlichen Ruf. Sie betraten das Gehege schnell und vorsichtig. Gina trat einige Schritte zurück, um dem Team den Zugang zu Max zu ermöglichen. Trotz ihrer offensichtlichen Anspannung vertraute sie den Menschen und beobachtete jede ihrer Bewegungen mit hoffnungsvollen Blicken. Als sie sich Max nährten, versuchten die Pfleger, ihn zu stimulieren und sanft zum Aufstehen zu bewegen. Doch er blieb regungslos liegen und zuckte nur gelegentlich leicht. Die Pfleger erhöhten vorsichtig den Druck, aber es schien nichts zu bewirken. Die Situation wurde zunehmend beunruhigender und die Spannung unter den Anwesenden wuchs. Doch als alles auf das Schlimmste hindeutete, geschah etwas Unerwartetes. Zu aller Erleichterung stand Max schließlich auf, schüttelte seinen Körper und begann, herumzulaufen, als wäre nichts geschehen. Innerhalb weniger Sekunden spielte der kleine Elefant wieder voller Energie und Vitalität. Die Pfleger konnten ihre Erleichterung nicht verbergen, lächelten und atmeten tief durch. Gina wirkte ebenfalls sichtbar entspannt, als sie ihr Kalb gesund sah. Am Ende war Max einfach in einen tiefen Schlaf gefallen, nachdem er so viel gespielt hatte. Nicht einmal seine Mutter hatte es geschafft, ihn zu wecken. Alles, was er brauchte, war ein gutes Nickerchen. Letztlich war es die direkte Intervention der Pfleger, die Max aus seinem tiefen Schlaf holte. Gina konnte ihre Freude und Erleichterung jedoch nicht verbergen, als sie Max wieder voller Energie sah. Mit einer liebevollen Geste umschlang sie den Kleinen mit ihrem Rüssel und streichelte ihn zärtlich und beschützend. Es war offensichtlich, wie dankbar sie war, ihn wieder wohl aufzusehen. Bevor die Pfleger das Gehege verließen, wurden sie von einer weiteren rührenden Geste überrascht. Gina hob ihren Rüssel und schien das Team zu grüßen. Obwohl es ein einfacher Akt war, wirkte es wie ein aufrichtiger Ausdruck von Dankbarkeit dafür, dass sie auf ihren Hilferuf reagiert und ihrem Kalb geholfen hatten. Was haltet ihr von dieser Geschichte? Gebt einen Like und abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Video.